Aber das war jetzt so, glaube ich, für mich die letzte Option, ne? Also Echo's töten und dann hoffen, dass es irgendwie läuft, dass ich einen von euch verdächtigen kann. Ah, wieder kein Imposter. Ja, Matteo, was geht? Und Ex-Mom. Ist das richtig? Wir können, was geht. Ich hoffe, es geht euch gut und hattet einen lustigen Tag bisher. So, und ja, genau, wir haben zwei Imposter. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesehen hast. Ich habe es dezent versucht, in die Kamera zu zeigen. Aber ich dachte nur so, ja, vielleicht haben wir das übersehen und so. Und dann ging das so mit dem Report alles so schnell. Oh, und die Lichter sind aus. Was ist das denn für ein komischer Code? I don't care. Oh, das geht schnell. Spoiler leak for electrical, äh, nee, from, from, äh, electrical fix. Also hat Skylar wahrscheinlich die Lichter gefixt und ist dann gestorben. Ich, ich denke mal, ja. Mir kam allerdings auch keiner entgegen. Gut, aber die Lichter waren auch aus, ne? Also bevor Skylar jetzt, äh, fixen konnte. Okay, Anna hat niemanden gesehen. Gut, hat Skylar vielleicht noch gefixt? Weil die Lichter sind jetzt... Ja, Skylar morgens gefixt haben. Die sind dann wieder angegangen. Naja, die waren wieder. Naja, die waren wieder. Ja, die Lichter sind seit ein paar Sekunden, ne, zwei, drei Sekunden. Glaube, ich glaube dafür nicht, äh, Fragi war, weil der war auf der rechten Seite. Genau, den habe ich auch gesehen. Äh, er hätte mich auch bei Weapons, ähm, ja, beseitigen können. Ja, ich habe die... Naja, ich glaube, ich auch rausnehmen, weil der ist auch gerade mit mir dort auf der Wecke Richtung Navigation. Ja, kann ich auch safe. Ich bin gerade in, äh, ich war gerade, ich, äh, äh, deutsch, wobei, äh, ist dauernd auch rechts anscheinend. Dauert. Ich wollte nach rechts kurz schauen, ob da irgendjemand ist, weil ich hab, äh, durch den, ich bin durch dunkel getapsed und hab report gespammt, äh, und, äh, da habe ich halt Fragi gesehen und dann wollte ich halt nach links. Wo genau steht es für gerade in Starage? Also bis jetzt schon durchs Brüttchen durchgelaufen? Nein, unten rechts. Also ich wollte gerade Richtung Electrical das Licht fixen, bin dann nochmal zurückgelaufen, weil ich da noch diese Mission unten rechts hatte mit diesen rot-weißen Feldern. Achso, in Schilds. Also die Leiche liegt dann vor, äh, an Elektriker, genau, wenn er nicht dann, einer hat gefunden. Fragi war zuletzt, wo, wo konnte Ultraschall Fragi rausnehmen? Er war oben rechts. Ja. Und nicht oben rechts unten rechts. Achso, ja, ich bin runtergelaufen. Und Ultraschall kam von links, ist das richtig, habt ihr euch gesehen? Nein, ich kam von oben, Cafeteria. Okay. Ja, aber Cafeteria, also jetzt nach Schilds, du sagst ja, Fragi, in Schilds rausnehmen. Also musst du ja von oben Richtung Navigation runtergekommen sein oder von Storage links? Ich hab, äh, in, äh, ich war recht lange in Cafeteria, weil ich da Download und Müllshaus gemacht hab. Das war natürlich meine Frage, wo kamst du denn in Schilds rein? Von Storage oder von oben Navigation? Er muss von Storage gekommen sein, weil ich hab ihn nicht gesehen und ich war noch in Navigation, also in dem Bereich. Ja, würd ich auch sagen, also ich hab mal auch nicht gesehen, ich stand in Note 2, müsste ich eigentlich gesehen haben, wie das da hochläuft. Und Selina, konnte wen rausnehmen? Äh, Ecos. Wo wart ihr? Und Fragi vermutlich auch, weil Fragi hatte ich noch bei Weapons gesehen und Ecos war, als Lichter angingen gerade, also als der Lichtkegel aufging, stand er schon im Gang drin Richtung Navigation. Haribo noch übrig und Miku. Ich war mit Anna noch. Ja, okay, Haribo, wo warst du mit Anna? In Atmen. Kurz wie vor die Lichter, genau in Atmen. Aber ich bin vorher raus, noch mal nach oben, aber die Lichter ging dann ja aus. Und dann bin ich nochmal zurück an den Atmen-Table und hab da einen Punkt jetzt in der Electrical gesehen. Äh, äh, ich bin gerade bloß auf dem Weg von Navigation zu Schilds gewesen. Stimmt das? Hat irgendwie Navigation zu Schilds. Wie warst du irgendwie gesehen? Nö. Äh, äh. Äh, äh, wo warst du, Matti? Ja, ich war sowas als Rektor. Okay. Ecos, wohnen? Aber ein, ähn, 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 ähn. Aber ich war, ich war, ich hatte die, ähn, 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 ähn. Ich war, ich hatte die, ähn, äh, ähn, äh. Ich war, ich habe die, ähn, 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 ähn. Ich war ein Rektor. Oh, okay. Und Horna, danke schön für deinen Foller hat sich bekommen, es geht, und Muni, danke schön für den Clip. Dankeschön! Dankeschön! Er muss noch die Folge als Runde zu Ende spielen. Völlig verständlich. Und die Dinger gehen zu... Ja, okay. Mittlerweile macht das, glaube ich, echt jeder. Okay, ich muss also... Es war halt dunkel, ne? Es war halt... Schwierig, aber wenn... Wenn da sich dezent einige Leute rausnehmen können, ne? Aber Miku wurde gar nicht gesehen. Hm. Wenn er echt denselben Weg... ...ging... ...das Miku wieder... ...schon wieder durch Navigation... Hm... ...kam jetzt von rechts. Ultraschall von oben. Nicht doch während Simon Says... Fragi hat gerade Selina umgenietet in Electrical. Okay, kannst du... Äh, ich bin... Ich bin das nicht. Wo bist du denn gerade, Fragi? Äh, unten rechts in dem Raum. Wie heißt der denn nochmal? In Shields. Äh, warte, ich brauch die Karte. Äh... Siehst du in Among Us Chat? Ja, äh, ne, ich war in Communication in dem Raum. Ah, da hab ich dich aber nicht drin gesehen. Ich bin... Also, Miku, du bist du auch gerade vorbeigelaufen. Du kamst mir gerade auch von rechts, ne? Ich war ja gerade vorhin in Shields gewesen, bin dann halt nach Electrical. Und, äh... Ja, dann war halt da gerade Fragi. Der wollte gerade aus dem Raum rauslaufen. Und hinter ihm lag die Leiche. Aber du hast jetzt Fragi nicht in Communication gesehen, ne? Ne. Okay. Hat noch jemand Richtung Navigation gelaufen gerade? Äh, ja, ich. Ich bin Richtung Navigation. Du? Ist die Ultra entgegengekommen? Ja, Ultraschall. Okay, sehr gut, okay. Dann passt. Ähm, ich würde kurz noch anmerken, wenn wir jetzt falsch voten, würde wir den Impostor in den Karten spielen. Deswegen wird, äh, skip ich. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Okay, Ultraschall, du hast... Okay. Warte, wurde Fragi jetzt nicht eindeutig erwischt? Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Ja, gut. Es kann aber auch... Es kann aber auch... Ich hab jetzt Fragi nicht genau in, äh, Communications gesehen. Aber, äh, ich hab, kann auch nicht sagen, dass er da definitiv nicht war. Deswegen. Stehst, Matti, stehst du jetzt in Communication Center, ne? Ja, ich war... Nein, er ist an mir bei Fans vorbeigelaufen. Wie? Ich bin ja oben rechts runter und ich war ja gar nicht links auf der Seite. Wie soll ich da hingekommen sein? Ja, aber meistens in Communication ist meistens der Download eigentlich der einzige Task. Und, ähm, da sieht man eigentlich vom Gang alles. Und außerdem, äh, wenn du von rechts runtergegangen bist, dann hättest du ja irgendwie früher oder später mir oder Miku... Ne, gar nicht, weil Miku nicht, aber Ultraschall und Miku vielleicht. Ah, ich weiß nicht. Und ich hab auch gesehen, dass du in Electrical reingelaufen bist, als ich da vorbei bin. Du warst direkt hinter mir. Ja. Okay, lau. Lass du jetzt nicht grad, äh, hier... Wie heißt das, Reactor? Ich bin jetzt in Reactor, ja. Aber als ich vorhin hochgelaufen bin... Ah, okay. Da ist er noch Electrical rein. Äh, Adina! Und SIS Classic Kai. Kai, was geht? Dankeschön für den vollherzig Willkommen. Was geht? Und auch... Hallo an Stahl AG. Hallo, was geht? Lichter sind aus. Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung, aber, ähm... Das ist das Gute, wenn jemand sagt... Am besten erstmal gar nichts sagen und gucken... Okay. Ähm, ich muss sagen, dass Ultraschall sich jetzt, ne, geäußert hat, dass er skippt. Ahhhh... Das ist schon bitter. Mongas hat sich mit den ganzen Updates ins Negative entwickelt. Wie meinst du... Und wie meinst du denn? Ich muss sagen, ich find's ganz lustig. Ich muss sagen jetzt zum Beispiel, wenn du jemanden Wenden erwischt, ist er nicht mehr 100%... Oh, Communication. Blut. Ähm, nicht zu 100% Imposter. Und wenn du jemanden erwischst beim Killen oder so, ist er nicht zu 100%... Also durch die Rollen finde ich ganz nice. Und die... Map... Ist die neue Map eigentlich auch ganz nice. Am Anfang kannst du nur cool. Gut, die Chatfunktion nutze ich nicht. Haha, nutze ich nicht. Wir spielen mit Voice. Ach, Echoes war bei mir. Okay, Anna ist jetzt hier. Ah, Ultraschall ist für mich. Muss ich aufpassen. Und die Maps... Also von die... Ja, die Maps haben sich... Haben die sich wirklich so geändert? Weiß nicht. Ach, nicht dagegen aus. Kräfteria... Storage... Haribo... Oha... Buh... Ähm... Echos? Was war das gerade in Electrical? Ja, ähm... Es... Die Sache ist die... Ähm... Gott, ich weiß jetzt nicht, wie genau die Unterregeln sind. Ich bin mit Echos in Electrical eingesperrt. Ich mach meine Task. Auf einmal springt Echos in den Event rein. Weil ich geflohen bin, weil die Tür hinter dir zu ging. Du bist reingegangen, die Tür ist dir genau zugegangen. Und ich dachte, okay, ich fliehe jetzt. Gerade eben, wo die Lichter ausgegangen sind. Ja, aber... Lass mich mal bitte kurz ausreden. Ich bin, als die Lichter ausgegangen sind, wollte ich die Lichter fixen gehen. Und vor... Ähm... Admin... Ist dann... Ähm... Ähm... Die Leiche gewesen. Und... Ähm... Haribo ist da... Davon weggegangen Richtung... Äh... Richtung Cafeteria. Also... Du war... Du hast mich ja gerade noch in Electrical gesehen. Ne? Also... Das kann ja nicht sein. Ich... Ich bin... Ich bin weggewendet Richtung... Ähm... Und... Ähm... Bin dann... Bin dann Richtung... Ähm... Als die Lichter ausgegangen sind. Deswegen... In der Zeit... Da... Kann ich jetzt auch Selfreport von dir sein. Und du versuchst mir das jetzt in die Schwur zu schieben. Könnte... Aber... Ähm... Also wie gesagt... Ich bin voll... Ich bin voll... Ich bin voll... Und er gibt das ja auch zu. Also... Tue ich auch offen, weil... Es gibt ja noch eine Donne. Ja, aber warum sollte man das denn noch machen? Ja, aber... In dem Moment... Aber warum sollte man das denn noch fliehen? Also... Keine Ahnung... Ich bin doch... Wie gesagt, die Tür ging direkt hinter dir zu. Ja... Du brauchst nicht fliehen. Ein, äh... Imposter kann in den Vent rein und dann wirst du rausgeschmissen. Als, äh... Auch direkt raus. Ich bin auch direkt raus. Wo sind denn die anderen? Also vielleicht ist das ja Shapeshifter oder so. Ich... Ich bin gerade in O2, ich mach die Blätter. Bevor ich... Ich hab Miko eben noch aus dem Augenwinkel in Reaktor gesehen. Okay. Ich hab zu Anna zumindest auf der rechten Seite gesehen. Du warst Communications Trainer, ne? Da hast du, glaub ich, die Donut hast gemacht oder so. Genau. Ja. Miko korrigiere mich, falls ich falsch liege. Ich bin in Reaktor und der Kill an Matti muss auch sehr, 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 sehr frisch gewesen sein. Wie gesagt, Haribo ist direkt von der Leiche Richtung... äh... Richtung Cafeteria und zwar direkt vor Armin. Also es... Es war direkt in dem Moment. Also ich frag mich, guck mal. Erkos sagt, ich war mit ihm in Electrical eingesperrt. Wie soll ich jetzt zeitig das dahin schaffen? In der Zeit, wo ich von Matt... In der Zeit, wo ich von Matt Bay, äh... Richtung... Wie gesagt, die Türen waren zu. Also, ne? Und er ist halt in dem Moment. Ich weiß nicht, also... Für mich ist das jetzt, ey, Kost Self-Report. Sorry. Wie gesagt, aber ich hab dich gesehen von der Leiche Runde weitergeht. Du weißt, was dir blöd, ne? Ich weiß nicht. Sind wir uns mit Fragi dann sicher? Mh... Ja. Ja, schon. Glaub schon, also... Ich weiß nicht. Ihr habt gesagt, also sicher, ich hab geskippt. Ich hatte auch geskippt, weil... Das kann komisch. Wurschel. Das ist so eine Lüge. Leute, drückt ihr den Button. Buzzer. Harib wurde gelungen. Es hat nur einer geskippt. Den Buzzer. Und ja, wir sind... Ich glaub einer... Also es muss einer raus sein. Es muss einer raus sein. Ähm... Ähm... Stirb der jetzt? Stirb der jetzt? Wurde hat wer einkommen? Äh, irgendwer ist nicht gemutet. Muten. Oh. Warum geht denn denn keiner? Wer lebt denn noch? Was ist los mit... Keiner macht den Buzzer. Ja, GG. Komm jetzt, zack, zack. Ich hab den Button nicht gefunden. Ähm... Er liegt unten in Storage. In der Nähe von dem... Äh... Müll-Weg-Bring-Hebel. Ich bin... Oh-True, äh... Wollte grad... den Code eingehen. Ich bin grad in Medbay, hab mich gescannt und hab grad den Kaffee an... äh... hier gestartet. Aber Moment mal, wir sind ja noch drei. Wir sind nur noch drei. Wir sind nur noch drei, ja. Das ist definitiv, dass ich es nicht bin. Und ich bin's, ne. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Ebenso wie ich nicht hundertprozentig weiß, ob's Miko ist. Ähm... Wie war das doch mal beim Kill an Selina? Miko hatte die Leiche, glaub ich, gefunden, ne? Äh... Ich hab... Warte mal... Äh... Wenn das der Fraggy-Kill war, dann ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Die Sache, die ich mir frage... Die Lichter waren da doch aus, ne? Weil nach der Runde mussten wir die Lichter fixen. Und ich frage mich jetzt, wie konntest du das denn sehen, wenn die Lichter aus waren? Ich weiß dann nicht, ab wann ich eine Rolle callen darf, aber ich weiß, wann wer gestorben ist. Ja, das darfst du nicht so direkt callen. Ja, aber trotzdem kannst du ja nicht sagen, dass es Fraggy war, wenn du die Rolle hast. Naja, wenn halt, äh, eine bestimmte Person, äh, gerade stirbt, ich dann in den Raum reingehe und sehe dann die Leiche und Fraggy gucke mich gegen, dann ist es für mich klar. Aber ich würde, ich würde dir zustimmen, wenn die Lichter in dem Moment halt, äh, an sind, aber die waren ja aus. Weil wir mussten ja danach die Lichter wieder fixen. Deswegen frage ich mich ja, wie konntest du Fraggy dann in den Raum sehen mit der Leiche? Wenn er gerade rauskommt. Ob da jetzt in dem Moment die Lichter an waren oder aus, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Wie gesagt, die Lichter waren aus, danach mussten wir die fixen. Ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat, da war recht viele da, keine Ahnung. Matti, Ultraschall, ich weiß das nicht. Aber Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das war nicht Selina, die da gestorben ist. Selina war dann halt, äh, war in der Runde nämlich schon viel, viel länger tot. Äh, es hat bloß so keiner die Leiche gefunden gehabt. Äh, derjenige, der in dem Moment gestorben ist, das war Matti. Ne, Matti ist letzte Runde gestorben. Ne, Matti ist vor Atmen. Ja, genau, das war die letzte Runde. Moment, jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber Selina... Also ich meine, dass du Selina reportet hattest. Mhm, das meine ich auch. Ja, und wie gesagt, das war in Elektriker, du sagst, Frankie stand da, die Lichter waren aus, wie hast du das bitte gesehen? Es war kein Licht aus. Doch, danach haben wir die Lichter gefixt, ich bin mir hundertprozentig sicher. In dem Moment, wo ich nach Elektriker reinkam, war kein Licht aus. Da war kein Licht aus, okay. Haribo hat doch gerade literally gesagt, es war gerade Echoes. Und Echoes sagt, es war Haribo. Wo seid ihr bei denen jetzt? Wie gesagt, Ocho will den Code gerade eingehen, der ist 45897, falls das hilft. Hilf mir gar nicht. Okay, schade. Boah, ich kann das nicht zuhören, das ist schon mal ein. Äh, ich bin gerade, oh Gott, wo bin ich? Wir müssen jetzt voten. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß nicht. Wo habe ich einen, äh, reportet? Ach jo, äh, Storage. Ich muss sagen, das hat jetzt gedauert, ey. Boah. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Also, Junge, Haribo hat ja gerade gesagt, Echoes hat gerade vor seinen Augen. Echoes hat gesagt, Haribo hat vor meinen Augen geflüfft und Echoes war es nicht. Mh. Mh, da könnte es ja nur Haribo sein bei drei Beuten. Boah, das konnte ich nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht gewusst, ne? Weil sonst hab ich lebendig und jetzt ist er tot. Gut gespielt, Haribo. Ja, danke. Hätte ja fast krachen können. Das stimmt. Vergesst nicht euch zu muten, ne? Sonst raste ich gleich aus. Ja, warte, hier ist doch leer. Kackmüll-Dingne, ey. Hier ist geil und Anna geht weg. Okay, Anna ist weg. Ich bin gerade ganz alleine, ganz alleine. Ich bin ganz alleine. Ähm. Uuh. Achso, jetzt. Oh, Anna geht weg. Wenn Anna da ist, mach ich keinen Download. Ui, ich denke los. Aber Angst im Dunkeln. Hab ich eigentlich überhaupt... Also die Diskussion ging immer so lange, ne? Aber die waren echt... Das war aber auch richtig so die Diskussion, ey. Die war so... Ich hab Anna gefunden und Anna liegt in Storage beim Müll rausbringen. Hast du irgendwas gesehen? Ne, ich hab niemanden gesehen. Gar nichts. Das ist ganz schlecht. Also ich kann... Ich kann sagen, auf der rechten Seite ist mir zumindest niemand entgegen gekommen. Äh... Schauen, ob jemand noch am Download ist und weil... Ja... Ob alle noch leben dort. Also um den Zeitraum zu bestimmen, Anna... Also ich war gerade noch mit Anna in Admin, sie ist gerade rausgegangen. Dann muss sie direkt wohl zur Müllaufgabe. Und dann... Da in dem Zeitraum ist sie gestorben. Das ist jetzt... 5 Sekunden. Ja, kann ich... Deswegen... Mir ist Anna auch vorhin noch entgegen gekommen, als ich... Also wenn... Richtung Rettgel gelaufen bin. Ja... Ne, aber ich hab leider niemanden gesehen noch in Storage. Ja, das ist schlecht. Und... Also Matti steht... Habt ihr keine Ahnung? Sorry. Fragi müsste... Fragi müsste... Fragi müsste... Ich dachte, Matti steht in... In Admin noch am Download. Müsste das, glaube ich, sein, die Task. Äh, Fragi müsste, glaube ich, links irgendwo liegen. Weil Fragi... Ja, ich... Ich bin mit dir... Mit Fragi bin ich nach links gelaufen. Er ist dann zum Medical. Medical. Ich bin dann weiter Richtung Lower Engine. Ist sonst noch jemand mit dir da lang gelaufen? Wer hat Licht gefixt denn? Das war ich. Das war ich. War irgendjemand noch bei dir in der Lake Spickel? Ne. Naja, also ich hab halt Lichter gefixt, aber der mich halt nach oben gelaufen. Könnte sein, dass der in dem Moment dann reingelaufen ist. Aber das hab ich nicht mehr gesehen. Nach oben gelaufen? Meinst du oben in Lake Spickel oder oben Lower Engine? Naja, oben die Aufgaben in der Lake Spickel. Ne, gut, aber das erklärt man. Fragi, ob jemand da von oben steht beim Wind. Achso, ne. Da hab ich jetzt keinen gesehen. Äh, Echoes, wo warst du nochmal? Ich, ähm, bin grad Richtung, also ich hab grad in, ähm, O2 die Blätteraufgabe gemacht und bin grad Richtung, ähm, ja, nach unten gegangen. Hat auch keiner gesehen? Also, er war an Weapons, als ich da reingegangen bin und als ich, als Lina nach unten gelaufen ist, nach O2, bin ich hochgegangen und da ist Echoes aus Cafeteria wieder reingekommen. Und ich hab die Blättertask gemacht. Ich weiß nicht, wie schnell er in, in Abschießen ist. Es geht um das Switch sehr gut. Ist geil, du kamst grade in Edwin rein? Ich kam jetzt grade von oben rein. Ja, ich hab halt, äh, O2 gemacht. Ich, ich hab nochmal gemerkt, okay, Anna und Matti waren oben in Cafeteria geblieben. Bin dann Richtung Weapons gegangen, da war Arcos halt. In, in, in O2 hat Selina die Blättertask gemacht, die hab ich auch gemacht und bin dann oben über Cafeteria nach Edwin gegangen. Und Miko, wo bist du nochmal? Ich fahr die ganze Zeit in Navigation. Hat auch keiner gesehen, ne? Ich war nicht in Navigation. Ich war in Navigation, da war kein Miko. Das war auch keiner am Atman-Table, oder? Dass man das verstehen kann. Ich war nicht da dran nicht. Ähm, Miko, wie bist du denn da hingekommen? Hingegangen? Bist du unten langgegangen? Nee, ich bin von Cafeteria aus. Dann seid ihr irgendwie irgendwie Weapons stinger geblieben? Dann bin ich in Navigation. Ja, und dann war ich halt oben. Ja, muss ich sagen, hätte einer von uns dreien, der hätte dich zumindest sehen. Ja, wir müssen morgen. Äh, ich hab jetzt... Äh, ich hab jetzt... Äh, ich hab jetzt... Abgesehen davon bin ich in Navigation nicht stehen geblieben. Ich bin direkt in No2 reingelaufen. Miko, du musst noch warten. 5, 3, 2... Miko, das, das bin ich jetzt sass. Boah, hat niemand rausgeflogen. Ja, ich hab Miko geworden. Das ist keine sass, keine. Okay, also einfach Miko fern bleiben. Okay, bleiben wir einfach mal Miko fern. Ähm... Ah, ist schwierig, ne? Einer hat... Es muss super frisch sein. Ich weiß nicht, wie weit ich Echos vertrauen kann. Der hat man halt auch nicht gesehen. Das ist halt... Boah, man hat die meisten... Okay, es ist... Aber Nick... Boah, kann Nick es sein? Nick ist jetzt der Letzte, der nach rechts geht. Geht die Aufgabe? Danke. Ähm... Okay, Echos lebt noch. Oh, vielleicht ist ja Nick jetzt tot. Okay, da ist Nick. Das ist geiler. Okay, ich hab... Upper Engine, Upper Engine. Okay, ich geh mal Upper Engine hin. Miko geht nach rechts. Okay, Haribo. Hm... Haribo war jetzt der Einzige, der den Alert nicht gemacht hat, ne? Okay, das ist geiler, wahrscheinlich gut. Ach, wir gehen dann schnell rüber. Okay, gut. Aber ich guck trotzdem nochmal nach, falls... ... ... ... Ja, Meekwad den jetzt gefickst, krass. Mad Bay und Kaffedrier, okay. Hier ist keiner, okay, ist keiner, oder ist gerade jemand langgegangen? Ah, Communication. Oh, Meekwad den so lange. Ich habe schon seit lange nicht mehr Selina gesehen. Ich will nicht mit Miku laufen, bin ich ganz ehrlich. Ich will nicht mit Miku laufen. Okay, das ist Communication. Okay, ich mache jetzt erstmal die Aufgaben rechts. Okay, sie geht auch nach links. Okay, Ekos kommt mir gerade entgegen. Boah, die Runde ist wieder super lang. Die einzige Person, die ich nicht gesehen habe, war Selina. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die doppelt Poster sind. Der Kurs geht links rüber. Da habe ich jetzt nur noch eigentlich auf. Eine Aufgabe, ne? Okay, ist niemand. Ach, da ist sie wieder. Okay, krass. Super lang nicht gesehen. Oh, vielleicht ist sie. Oh, das könnte natürlich auch, wenn sie Shapeshifter ist. Okay, Ekos verfolgt mich gerade ziemlich verdächtig. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Sneak. Haha, das war so. So einfach random. Abstract name so. Nee. Okay. Hier haben wir die ganzen Türen zugemacht, ne? Ähm. Ich bin mit, ähm, Maddy zusammen, ähm, die ganze Zeit rumgelaufen und sind gerade unten an Storage, ähm, Richtung, ähm, Communication gelaufen. Ich bin nochmal umgedreht, weil ich jemanden im Raumrand gesehen habe. Und dann habe ich gesehen, wie Miku Selina, ähm, getötet hat. Krass, das muss aber jetzt just the moment gewesen sein, ne? Das war genau, das war genau in diesem Moment. Weil du warst gerade noch... Also, Serina habe ich auch noch vor zwei Sekunden gesehen, dass... Ja, sie ist gerade in diesem Moment, Miku ist gerade zum Lichtschalter gerauft. Also, hätte er noch ein bisschen gewartet, weil das Licht ist gerade ausgegangen, ähm, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gesehen. Miku? Also... Hast du das so dazu zu sagen? Und vorhin war es auch ziemlich sass, dass er übrigens... Ja, genau. Also, er war vorhin schon ziemlich sass wegen, ähm, Navigation. Wollte schon mal gesagt haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Da war er... Ich hatte auch ein Miku gewartet. Ich gehörte zu den drei Worts. Ah, der ist zugegeben. Ich kann nur bestätigen, dass Matty und Arkos zusammen Richtung hoch... Also, Matty war gerade in Admin. Krass, das muss ich jetzt. Ich dachte erst, ich bin schon. Ja. 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 Ich geh mal Admin. Okay, drei in Storage. Vier. Drei. Zwei. Äh, zack, zack. Okay. Wahrscheinlich ist der andere Poster, Nick. Ist immer der, der als Neues reinkommen ist, Nick. Ist im Poster. Das ist Nick, Eckers. Komm, wir... Ne, ich folge dir, Eckers. Komm, wir machen das jetzt zusammen. Wir sind jetzt die... Die Detektiv Conan. Pass auf dich auf. Ich vertraue Nick nicht. Aber ich vertraue dir. Okay. Irgendwer muss eine Aufgabe machen. Saripo? Oh, Skylar? Ich hatte voll viele Tarsis. Tut mir leid. Toll, ey. Mensch, Skylar. Ich hab's dann vielleicht los. Gut, dass ich kein Button gedrückt hab. Vielleicht hab ich auch einfach ein schlechtes Gedicht. Oh, es ist Zeit, wir werden alles töten. So, schauen wir mal hier. Mat-Base-Storage. Boah, Anna ist hier. So. Machen wir Lichter an. Was machen wir denn? Können ja ein paar Türen so lange zumachen. Ich mein, der Cooldorn ist ja jetzt eh erstmal gegessen. Mh, was machen wir denn, machen wir denn? Da sind auf jeden Fall super viele bei den Lichtern gewesen. Was ich machen könnte, ist... Ich weiß nicht, machen wir Lichter aus. Ah, das passt. Ah, ich weiß nicht. Oh, Mist, ich hab mich jetzt nicht getraut. Boah, ich hab mich nicht getraut. Miku wäre mit uns und Sky dann noch in Electrical. Äh, war das nicht Akos? Ja, das bin ich, ja. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Dann... Als wir reingegangen sind, als... Äh, ich glaub, ich bin mir nicht mehr sicher. Hunter Cari, wo bist du? Hunter Cari, ich bin grad in Storage. Du bist gerade aus Electrical rausgelaufen. Ich hab dich gerade noch rauslaufen sehen. Dann vermute ich, dass sie es war. Weil Miku kann ich eigentlich ausschließen. Er hätte so viele Chancen inzwischen gehabt. Und wir sind uns so oft begegnet, dass... Dass ich die Mund auswähle. Trong, sie sind immer so eine Sache. Du konntest mich auch immer rausnehmen, wo ich es war. Ja, ich glaub... Ich glaub, dann hätt ich echt die Aufmerksamkeit jeden rausnehmen können. Ne, ne, aber er war bei mir auch in Navigation, wo die Lichter aus waren. Also da hätte er es sehr, sehr... Der Kill ist in Electrical passiert. Der Kill ist in Electrical passiert. Bedeutet, es ist einer von euch dreien? Genau. Es waren auch ganz schön viele Punkte in Electrical. Ich weiß nicht, ob Matti das gesehen hat noch, als er zum Atmen-TW reingegangen ist. Aber da waren, glaub ich, vier, fünf Punkte in Electrical drin. Ich kam nicht mehr zum Atmen-Pult, also ich bin jetzt auch gerade... Ja, okay, schade. Also vielleicht eher vier als fünf, aber es waren mehr als drei. Also alleine schon mit der Aussage, dass Anna dabei gesehen wurde, wie sie den Raum verlässt, ähm... Also bei mir, bei mir war ich, wie gesagt, schon ins Towerage. Ich hatte nur gesehen, dass Skylar zu den Lichtern gegangen ist und dann hab ich mir gedacht, von wegen, macht sie schon. Wenn man zu mehreren daran rumdrückt, dann bringt das ja meistens eher weniger als mehr. Also wie gesagt, als wir reingegangen sind, ich glaub, du standest da schon drin. Mhm. Ich war bei den Drehdingern. Genau, genau dort. Miko steht jetzt bei den Drehdingern. Ich glaube nicht, dass er, dass er das... Also wie gesagt, ich... Das ist jetzt nur ein Bauchgefühl, dass er es nicht war und dass das... Ja, also meine Vermutung ist bei Anna. Gut, dass ich geskippt hab. Ich denke immer so, ja, mit Worten, aber ich denke mir so, boah, nee, es gibt nichts, richtig. Mhm. Sind die Lichter noch aus? Ah, machen wir mal nicht. Ach so, ich hab ja noch Kill cooldown. Ah, Mist ey, ich vergesse das jedes Mal. Da ist Miku, Echos. Ah, ich muss, ich hab den Kill cooldown. Das verdammelt. Ah, wen haben wir denn? Echos. Anna. Ah, wer hat denn da wen gesehen? Ah, jetzt ist einer schon wieder da. Ach, das ist super doof, ey. Cafeteria. Woher kommt der denn auf einmal her? Hä? Ey, ich glaube, ich drehe durch. Ich glaube, ich ja jedes Mal, wenn ich einen Kill wagen möchte, ey. Kommt aus dem Nichts irgendein Random Dude. Was ist denn los mit euch? Hier ist niemand. Das ist ja nervig. Hört doch mal auf, hierbei rumzudümpeln. Es ist Anna. Es ist Nick. Toll, ey. Toll, ey. Für den Kill kann ich Miku rausnehmen, weil ich bin gerade erst an Admin vorbeigelaufen. Da haben noch alle gelebt. Lauf zu Medbay, hol meine Proben ab. Da stand Miku. Laufe zurück zu Admin. Und da liegt die Leiche von Nick. Und Anna ist gerade mit mir reingelaufen, die kam aus Cafeteria von rechts. Genau, von Weapons. Hab Piu Piu gemacht. Ich hab Nick zuletzt mit Meiji alleine gelassen. Aber später kam einmal Selina dazu und dann bin ich rausgegangen. Also Selina war auf jeden Fall in Admin dabei. Ich hab da meinen Download noch gemacht und bin dann hoch zu Medbay. Ja genau, und da hab ich Selina dann alleine gelassen. Ich warte gerade die ganze Zeit darauf, dass mein Kaffee fertig wird. Meine letzte Task. Und ich kann sagen, dass Haribo zur Kamera von oben reinkam. Und wenn die gleiche in Medbay war. Nee, die war ja nicht in Medbay. Admin, oder? Admin. Ich konnte gerade bestätigen, dass Anna Piu Piu gemacht hat. Äh, gar keine. Da war ich alleine. Achso, dann hab ich's falsch verstanden. Dann, wenn sich alle anderen rausnehmen können, ist das für mich Anna. Mit einem Ventkill. Können wir nochmal kurz festhalten Echoes das tun? Halt irgendwie Echoes das letzten Ende, damit wir auch weiterkommen. Also, das war wieder so lang, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, für mich ist Anna ja schon seit dem Electrical Kill, äh, schon Spaß. Ah ja. Na gut, die Runde war eigentlich lang, vielleicht hat sogar Anna beide gekillt. Ah, oh, schwer, schwer. Ich muss auf jeden Fall Zeit schützen, ne? Ja, das ist scheiße. Und ich dachte mir, ja, wir sind zu viert, da wird mich wohl keiner töten. Ja, Mann, das war so ärgerlich. Ah, shit, ey, ich hätte, ich hätte, oh, das war, oh, ich wurde so nervös, ey, vor allem, weil Anna dann schon so super sus war. Und dann hat Anna, ich muss sagen, so die letzten, die Runde mit, oh, mit, mit, was, das war so, da tötet sie einfach vor meinen Augen ein Nick, ey. Und ich denke mir so, hm, wieso, wieso machst du das, Anna? Ich habe mir überlegt, ah, ich hätte vielleicht reporten sollen, ne? Gab es einen, nee, okay, einen Van Kill, glaube ich, gab es nicht. Aber ich halte mal fest, Haribo kam gerade von unten, ne? Haribo kam gerade von unten. Ah, aber das war so, das war so ärgerlich, ey. Ich weiß nicht, ob man das so merkt, ne? Aber wenn ich so manchmal übergegenge mache, dann stoppt das Spiel einfach mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das so... Ich scanne mich erst mal, bevor die Welt untergeht, wenn ich erst mal kurz checken, ob es mir gut geht, ja. Erst gucken, ob ich gesund bin, ne? Aber ich kann ja nicht krank dahin gehen. Erst mal den Test machen. Den bösen... Oh, das ist super risky, ey. Ich muss sagen, dass es... Ja, dann weiß ich aber auch, okay, Skyler und, und, und... Ich bin auch der Erste, der Tod ist Null. Oha. Hä? Der Kill war oben vor Matt Bay in dem Gang. Anna kann ich fast schon ausschließen bei dem Kill an Matthew auf jeden Fall, weil sie mit mir gerade auch Simon Says gemacht hat. Ich habe auch noch gesehen, dass die Tür oben zugegangen ist. Also wer auch immer es war, ist nicht nach unten gegangen, sondern müsste wieder zurück zur Cafeteria oder halt über Matt Bay geflüchtet sein. Warte mal, du hast jetzt gerade eben oben bei Matt Bay reportet? Ja. Bei mir warst du jetzt gerade im Reaktor. Ja, schon, ich bin fertig gewesen mit Simon Says und bin dann hochgegangen. Nee, nee, jetzt, jetzt gerade. Hä? Okay. Nee, das, äh, also ich war beim Reaktor, ja, aber wie gesagt, ich war fertig mit der Aufgabe und bin da hochgegangen. Also genau, jetzt stehe ich beim Reaktor. Oh, ja, kann sein, dass ich das mit Nick verwechsel. Ich, ich hab's nicht so mit Farben. Rot, rot und grau ja sowieso gleich sind. Ja, okay. Wir haben beide Anzüge an. Der Nick kommt von unten, der war in Elektrical. Die Tür war zu, er muss von unten kommen. Es waren gerade drei Leute Elektrical auf jeden Fall. Auf alle Fälle Nick und ich, ich weiß nicht, wer noch. Also ich hab nur Haribo gesehen bisher, am Schluss. Das ist richtig. Äh, ich war rechte Seite jetzt größtenteils und Frege kam halt aus dem Cafeteria-Bereich. Ja, das stimmt. Als ich YouTuber. Frege war bei der Cafeteria. Ja, er kam zumindest aus der Richtung, Cafeteria-Bereich. Dann kann man ihn aber auch nicht ausschließen. Nee. Ich kann dich aber auch nicht ausschließen, weil du gerade eben, die Aussage war sehr schwammig. Warum schwammig? Schwammig. Naja, weil du gesagt hast, du bist im Reaktor und die anderen haben gesagt, du bist nicht im Reaktor. Nö. Erkos hat gesagt, er ist mit, mit Bay da oben. Nö, er hat gedacht, ich bin immer noch beim Reaktor. Ja, genau so. Ja, jetzt gerade. Ja. Ja, aber das war jetzt ja nicht anscheinend. Skylar ist dein Advent-Table. Ja, ich bin Advent. Ja. Ich bin noch in der Electrical. Okay. Ist da noch jemand bei dir im Electrical? Aber Haribo. Es waren drei Punkte Electrical, das kann ich sagen. Und jetzt momentan? Kann jemand dich ausschließen, Selina? Nö. Okay. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich halt in der Tat drin war, dass ich, nachdem ich Reaktor gefixt hatte, zu Electrical gelaufen bin. Da war Nick noch. Und dann habe ich halt meine Task gemacht. Und was hat Haribo gemacht? Äh, Navigation, U2, die Aufgaben halt. Okay. Ja. Und wo lag Miku? Ah, das weiß keiner, ne? Ne, das weiß keiner. Ne. Hast du das zuletzt gesehen? War Miku beim Reaktor? Äh, weiß ich gerade gar nicht. Ne, der war da nicht. Ne, da war er wahrscheinlich schon tot. Okay. Ja, gut. Okay, 40 Sekunden Kill Cooldown. 40 Sekunden. Das heißt, ich habe einen kurzen Moment Zeit. Ist das The Other Rules? Was sind denn The Other Rules? Das ist The Mongers. Das ist The Other Rules. Ja, hallo? Dankeschön. Ähm. Wo sind denn? Mal gucken, ob ich Haribo damit schützen kann. Ne, okay. Dann habe ich einen kurzen Zeit, um Zeit, immer ein paar Aufgaben zu machen. Ähm. Und dann gucken wir mal hier runter. Ähm. Fülle kurz hier die Aufgaben. Ah, ich muss gucken. Ich glaube, ich versuche erstmal jetzt zu kommen. Ich habe nur noch eine Aufgabe. Zack. Ah, shit. Ich muss da oben nochmal hin. Ähm. Das Echoes. Ah, shit. Wo will Skala hin? Ah, scheiße, man. Zwei Sekunden. Damn. Es war einfach so close. Ja, jetzt kann ich aber, aber gut. Fragi, ähm. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ähm, lag direkt vor, äh, Security. Ähm. Delina ist zwar in der Nähe gewesen, aber sie kam aus Storage, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, genau. Ich habe dann nochmal Benzin aufgefüllt. Äh, dann sind Türen zugegangen und ich war dann zwischen Lower Engine und Electrical eingeschlossen, hat er dann nochmal in Electrical geguckt, ob du noch lebst. Ja. Ich bin gerade beim oberen O2. Beim oberen O2. Fragi müsste gerade zwischen Storage und Shield sein. Ich bin mit dir da unten. Hm. Ich bin gerade bei Appens und wollte O2 Alert fixen auf der rechten Seite. Dann müsste Nick dich gesehen haben, oder? Ich habe da keinen gesehen. Ich habe Nick auch nicht gesehen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt gerade just a moment in Appens rein. Akos, also was hast du nochmal gemacht? Ich habe, ähm, ich bin gerade nach oben gegangen, um, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wenn ich Tabel zu fixen oder so. Ähm. Ähm. Und, und, wie gesagt, Selina ist in der Nähe. Ähm, es war halt an der Nähe, äh, am Gang beim, äh, bei, bei Security direkt davor. Die einzige in der Nähe, die ich gesehen habe, war Selina, aber ich weiß nicht, ob das vom Timing her passt. Also, dich war eingeschlossen im Gang unten? Ja. Da kann es für mich persönlich sogar eher du sein mit einem Van von Electrical nach Security rüber. Ja, ich überlege gerade auch, ob das, äh, wer, wer da noch da war. Also, ich habe jetzt leider auch keinen wirklichen Verdacht. Ich habe Anna einmal in Mad Bay gesehen gehabt. Mhm. Ja, da war ich auch so. Ich habe meinen Kaffee abgeholt, ich wollte dann oben wieder raus, aber die Türen waren zu. Und dann hatte ich Anna nicht mehr gesehen gehabt. Warst du nicht letzte Runde auch in Mad Bay? Äh, nee, letzte Runde war ich in Reaktor. Stimmt, war nicht irgendeine Runde. Und da bin ich jetzt auch gleich hingelaufen. Gella, wie bist du zu Weapons gelaufen? Ich bin über Mad Bay, Cafeteria und dann Richtung Weapons. Also, vom Zeitlichen her. Also, wie Anna ist mit Anna. Ich fand aus, dass Mitty gestorben ist, als die Türen zugegangen sind. Und da kann es für mich Skylar auch sein. Aber da war ich ja gar nicht da. Ich weiß auch nicht, seit wann das da liegt, weil, äh, also seit wann Artipo da liegt, weil, ähm, ich war da eigentlich relativ, ja, ich war die ganze Zeit, äh, auf der, äh, im unteren Bereich. Also irgendwie entweder Arkos oder ähm... Ich weiß halt nicht, Nick hat wohl auch keiner gesehen, aber ist halt auch komisch, dass, dass, dass ihr euch irgendwie... Ja gut, wobei, ja, wenn... Ja gut, weil Skylar von oben kam und Nick kam, glaube ich, von unten eher. Ja, wie hat, ja, 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 hat es mir gerade auch eingefallen. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass beide gerade da sind, aber ich glaube, rein vom Timing her, auch von letzter Runde, kommt für mich Skylar am ehesten in Frage. Warum aber ich? Ich war doch gar nicht da oben bei Matt Bay, wo Mitty getötet wurde. Und ich war am Admin-Poden. Und ich konnte auch sagen, dass drei Leute in Electrical waren, wo die Leute waren. Ja, aber was ich komisch fand, war, dass eigentlich nur Nick und ich in Electrical waren. Und anscheinend war nur noch ich in Electrical, als reported wurde. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Kann aber nicht einer im Vent gesessen haben? Das kann natürlich auch sein. Es waren drei Leute, zu 100 Prozent waren drei Leute in Electrical. Ja, Arkos ist gewendet. Also den hat er noch nicht gefunden. Ja, wieso sollte ich gewendet sein? Ich war vorhin beim Reaktor. GG. GG. Skylar war ein guter Ansatz. Skylar war ein guter Ansatz, aber... Wo ist denn hier... Wir müssen warten, wir sind sechs. Richtig. Also, wie gesagt, ich... Zu Selina vorhin. Ich würde mir die Information, die ich ausdenke, dass drei Leute in Electrical sind. Kann das sein, dass Miku vielleicht unten in den Electrical reingegangen ist und gerade da gestorben ist? Oder dass er unten irgendwo in den Electrical ist, wenn du mit Nick oben warst? Das kann natürlich auch sein, ja. Ich fand es auch sehr merkwürdig, als Reaktor losging, ist Nick nicht dahingelaufen, sondern rechts zur Navigation. Weil ich dann auch eine Task hatte. Ja, weil Reaktor ging da los. Ich war ja auch rechts und bin dann losgelaufen und du bist weiter nach rechts abgehauen. Lina und ich, wir wussten gerade beide nicht, wer beim Button bleibt und den drücken, wer jetzt los ist. Ich habe es gesehen, ich bin gerade in den Electrical reingekommen, da habe ich nur gesehen, dass ihr rumgetanzt habt sozusagen. Da habe ich eben einmal kurz... Ja, Anna und ich haben gerade gefixt und Skylight in Berlin aufgerückt. Da habe ich gerade kurz einmal Frauenwerk geskippt hat. Ich. Warum? Skippst du bei mir? Warum mein Gehirn gerade... Ja, warum mein Gehirn gerade... Ja, ich auch. Keine Ahnung, weil ich absolut nicht weiß, wen ich voten soll. Ich vermute entweder Nick oder Arcos, oder halt beide. Wie gesagt, ich habe vorhin in der ersten Runde, war das die erste oder zweite Runde, vorhin beim Reaktor, die Sam Cess gemacht mit Anna zusammen und... Du hattest Metti gefunden, ne? Ich habe Metti gefunden, ja, aber die Türen waren vorhin noch zu. Ja, beide gefunden, deswegen. Ja, gut, aber vielleicht auch einfach lucky oder auch günstig, ne? Ja, ich lauf hier nicht vorbei an der Leite. Ich wollte sie aufnehmen für den ersten, weil Nick bei ihr war und sie hat ihn auch gesehen in Electrical. Richtig? Ich hatte Nick gesehen, als ich... Wir sind ja zu Reaktor gegangen und haben den gefixt. Und Nick ist da schon in Electrical abgewogen. Und ich dachte, ich gehe zurück und guck mal. Nicht, dass irgendwer da jetzt tot in Electrical liegt. Egal, ob es Nick ist oder irgendwer anders. Und da war Nick noch da. Dann bin ich in die Taske gegangen und Nick ist anscheinend rausgegangen und zum Reaktor. Ja, weil ich da auch... Das heißt aber, Nick hatte theoretisch dann auch irgendwo... Freki, du hast gesagt, du hast gemeint, Nick ist gerade an die andere Seite, gerade eben vom Reaktor gegangen. Also vom Reaktor weg. Ja. Bin ich auch, bin ich auch. Ist halt doof bei sechs Leuten. Bei dem Haribo-Kill jetzt gerade nochmal, ne? Können das vom Dingens her... Ja, ne, das Problem ist, da kann sich halt auch keiner rausnehmen. Das Problem, wir haben zwar alle gesagt, dass ich auf der rechten Seite war und wir halt auf der linken, wir beide halt, ne? Das ist halt das Ding. Aber das hat sich keiner von euch gesehen. Also ich... Anna hat mich in Mapback gesehen und ich habe Anna in Mapback gesehen. Also wir hätten theoretisch beide wenden und killen können. Mhm. Ich habe... Sie war auf dem Scanner, als ich reingemündete. Ich habe Kaffeentast und kam da nicht schnell raus, weil die Türen zu waren. Ich muss sagen, rein vom Verhalten her, jetzt gerade für Button drücken und so, würde ich jetzt Anna und Skylar eher nicht als Imposter-Duo sehen. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt natürlich auch nicht. Aber das wäre dann quasi noch die einzige Option, ne? Wenn ihr sagt, ihr könnt euch da beide rausnehmen. Also sie ist es für mich Echos. Ja, Echos oder Nick. Ich bin auch... Ich habe auch für Echos gestimmt. Ich war es nicht. Mir kommt gerade nichts verhalten komisch vor. Beim Rest bin ich mir halt einfach auch unsicher. Das ist meine Meinung. GG. Schade. War ein schöner Versuch, aber was soll man machen, ne? Was irgendwie ganz, ganz auffällig ist, ist Skylar hat wieder nicht den Imposter gesucht. Das ist kein aufgefallen, aber Skylar sucht halt nicht den Imposter. Ja, schade. Dann mache ich jetzt schnell nochmal die Dingens-Task. 40 Sekunden haben sie. Und dann ist es vorbei. Naja. Und Hugo, danke schön für dein Foto jetzt. Ich bekomme, was geht. Ja, kann auch nicht schützen. GG. 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 Ich hoffe, die kriegen jetzt noch ihre Aufgaben hin. Das ist, glaube ich, das Beste, was sie jetzt machen können, ist, jetzt noch ihre Aufgaben machen. Das ist das Beste, was sie jetzt machen können. Ich kann jetzt nochmal gucken, ob es wen... Wen... Ja, macht ja keiner Kommunikation. Hm. GG. Ach, du Kacke. Ja, das wurde schon befürchtet. Nein, ich hätte doch... Nein, ich hätte doch... Nein, passt ja. Er ist ja von unten gekommen, nicht von oben. So. Okay. Machen wir eine Imposter-Runde mit Skylar. Und dann... Schauen wir mal, was es hier abgeht. Hm. Okay, mal gucken. Möchte... Vielleicht dachte Nick, aber auch bis 17 Uhr ist deshalb raus. Ja, gut. Das ist das... Weil... Aber Nick macht das sehr, sehr gerne, ähm... Dass er dann einfach, äh... Abhaut. Das macht er sehr, sehr gerne. Okay. Okay. Ja, ich habe Eckhals gefunden in Navigation. Und die letzte Person, die gerade von der... Also ich war gerade jetzt hier, ähm... Shield-Aufgabe, ich glaube, Miku hat das gesehen. Ja. Und du bist von oben gekommen, richtig? Ja, und ich war auch in Navigation, aber da lag noch keiner. Nun, wie, da lag gar keiner. Also du hast... Da lag keiner. Ich war alleine in Navigation, bin runter, bin an dir vorbei. Stimmt nicht. Wir waren zusammen in Navigation. Und dann habe ich dich doch alleine gelassen. Äh... Dann hat Richtung Admin gelaufen. Also, wie gesagt, Miku war zur letzten Navigation, kann ich auch bestätigen, ja. Wo bist du lang gegangen, Haribo? Dich habe ich auch nicht gesehen. Äh, halt Richtung Shields, äh... Dann hier Storage und dann in Admin rein. Ich glaube, Selina ist mir da entgegengekommen. Ich habe dich aber gar nicht gesehen, Haribo. Äh, Haribo hättest du sogar sehen müssen, weil ihr habt durchgekreuzt in dem Gang. Ich habe nämlich gesehen, dass Matt hier Richtung Shields gelaufen ist und wollte wissen, wer das war, weil ich nur so ein Schnipsel vom Namen gesehen habe, habe geguckt und da kam Haribo gerade den Gang entlang. Aber ich muss sagen, ich habe Matt hier auch nicht gesehen, da. Also, ich habe da jetzt nur Selina gesehen. Also, ihr hättet euch sehen müssen, weil eigentlich... Also, dann... Ich bin jedenfalls draufgegangen, alleine. Oh, Moment, still hier. Ich glaube, Selina, was... Kamst du noch von oben? Hast du mich da... Irgendwer hat mich gesehen, wie ich versucht habe, die Shirtas zu machen? Nee, ich hatte dich nur noch gesehen. Äh, ich bin quasi von Storage wieder zurückgelaufen und habe dich da gesehen. Und bin dann wieder zurück, äh, und, äh, hatte dann, äh, in... Und wollte jetzt gerade zu Electrical noch gehen. Ich hatte aber noch gesehen, dass Haribo nach oben weg ist. Okay. Richtung Admon. Aber gut, okay, vielleicht war ich in meiner Taschen, aber dass Haribo mich nicht sah, ist komisch. Ja. Ja. Was ich noch gesehen habe, Skyler war auch auf der rechten Seite. Als ich zumindest in Navigation war, hat sie kurz reingepiekt. Aber ich, ähm, bin Cafeteria hochgegangen wieder. Ich, also, du warst dann weg, ich weiß nicht, wo du lang bist. Ich bin hochgegangen, ich, 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 ganz ehrlich, ich wollte mit euch nix zu tun haben. Hallo! Nee, ich hab auch Matti, als ich gegangen bin, als ich gegangen bin, waren Matti und Freggie in Admin noch. Als ich, als ich das letzte Mal gesehen habe. Ja, Moment, ich will nur belegen. Und am Ende ist Freggie gegangen? Äh, ich bin von Weapons zu Admin, hab den Upload gemacht und bin dann zu Matt Bay und wollte das mit diesen Reagenzgläser machen. Oh, kann sein, dass wir gerade noch Admin waren. Genau, und dann bin ich runter und dann in die Richtung. Doch, stimmt. Ich weiß nicht, ich bei Admin gemacht habe. Ich habe euch beide gesehen habe. Äh, du hast jetzt Echos gefunden, ne? Ich habe Echos gefunden, ich habe keine Ahnung, was mit Anna ist. Okay. Anna, vielleicht drüber rechts. Wargum bin ich noch wieder. Hui. Ja, da war auch leider nicht so Glück dafür. Wir müssen ein bisschen... So, mal gucken, was machen wir denn? Wie sieht's denn jetzt nächstes aus? Ähm. Wen haben wir denn da stehen? Haribu. Skylar, Selina? Boah, das ist einfach ein weniger... Achso, stimmt. Ja. Mensch, Matty. Wurde Miku denn jetzt schon rausgevotet? Weiß nicht auch nicht. Wer ist da noch auf Miku gegangen, abgesehen von den beiden Impostors? Ich. Ich habe gescapt. Ich dachte... Ich dachte...